Ja, ja, die haben wir uns gegeben. Glaube ich. Kommt mir bekannt vor. Verläuft alles wie geplant, Thichondrius? Lord Archimond verlangt einen Bericht über die Gasse. Der junge Todesretter des Lichtkönigs macht seine Sache gut. Fast zu gut. Ich frage mich, ob Ner'Zul hinter Gedanken für seinen neuen Helden hegt. Auf lange Sicht ist der Mensch bedeutungslos. Ner'Zul würde es nicht wagen, sich gegen unsere Ziele zu stellen. Wir müssen nur Sorge tragen, dass die Geißel das tut, wofür sie geschaffen wurde. Achimond lässt uns köpfen, wenn wir der Situation nicht Herr bleiben. Glaubt mir, Bruder. Weder der Lichtkönig noch seine untoten Lakaien werden die Rückkehr der Legion gefährden. Sorgt dafür. Lord Archimond macht kurzen Prozess mit Versagern. Einfach mal töten, weil die Suppe schmeckt nicht. Ich hab keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Okay, Kapitel 3 in das Reich der Ewigkeit. Sechs Tage später bei der beweideten Grenzgebieten von Quel'Thalas. Da bin ich sehr gespannt. Das ist ja doch eine sehr, sehr wichtige geschichtliche Sache, die jetzt hier stattfindet. Vor allem Arthas trifft ja dann auch so langsam, glaube ich, auf Sylvanas. So langsam. Bin mir aber da auch nicht so mehr ganz so sicher. Das ist schon... Ah, das Wunderbare, das ewige Quel'Thalas. Seit meiner Kindheit war ich nicht mehr hier. Seid wachsam. Die Elfen bereiten vermutlich einen Hinterhalt vor. Die schwächlichen Elfen kümmern mich nicht, Totenbeschwörer. Unsere Streitmacht wird mit jedem getöteten Feind stärker. Seid nicht so vermessen, Todesritter. Die Elfen darf man nicht unterschätzen. Das sehen wir noch. Schafft den Gefangenen her. Wo ist der Eingang zu eurem Landelf? Ihr werdet Kel'Thalas nie erreichen, gefallener Prinz. Der Wald schützt unsere Grenzen und die verzauberten Tore unserer Hauptstadt. Eure albernen Tore werden mich genauso wenig aufhalten wie diese Bäume, kleine Elfe. Bringt die Fleischwagen. Wir machen unseren eigenen Eingang. Die Energien dieses Ortes sind stark. Tötet die Elfen. Zerstört ihre Bauten. Diese Stelle eignet sich perfekt als Basis. Mit Vergnügen. Die Untoten rücken vor. Alarmiert die Wachtposten. Die Eingang. Die Eingang. Wie? Die Eingang. Der Schreie ist nie. So, machen wir noch ein paar Gebäude kaputt. So, das bauen wir natürlich in der Nähe von unserer Goldmähler hin. Und den Rest können wir ja gar nicht erstmal bauen. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich bin Sylvanas Windläufer, Waldläufer-Generalin von Silbermond. Und ihr solltet besser umdrehen. Nein, ihr solltet umdrehen, Sylvanas. Der Tod persönlich steht vor euren Toren. Versucht es nur. Das Tor zum Inneren Königreich wird durch unsere mächtigsten Zauber geschützt. Niemals werdet ihr es überwinden. Mein Leben für Nersul. Euer Wille geschehe. So. Wo soll mein Blut vergossen werden? Was ist es diesmal? Frostgram hat Hunger. Feiger Verretter. Jetzt Frostgram. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Das ist schon besser. Vorsicht. Frostgram hat Hunger. Sie wird hier zwar noch nicht zur Benji. Was ist los? Sprecht, Dummkopf. Ach ja. Ja, kann ich nur bis... Kalibarismus ist auch schön. Kalibarismus, ja. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Euer Befehl, Meister. Mein Schicksal ist besiegelt. Euer Wille geschehe. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch. Ja, Meister. Und das dann noch. So, dann haben wir jetzt alles gebaut, was wir brauchen. Warum, warum... Ach, das ist noch nicht fertig. Vorsicht. Ich glaube, auch Ghule werde ich gar nicht mehr so richtig bauen. Ich werde die Gruftbäschen, glaube ich, jetzt so überwiegend nehmen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Wow. Das kostet echt verdammt viel. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So, das Problem ist natürlich, dass wir... Was ist es diesmal? ...die Gude da jetzt mit drin haben. Vorsicht. Das wollen wir erstmal nicht. Die rastlosen Toten warten. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich kann erstmal nur Ghule bauen. Das ist ja... Ein bisschen ärgerlich, muss man ja mal sagen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Da sind wir gezwungen, das ein bisschen so zu machen. Ich fordere mal erstmal an, dass wir mehr Holz haben. Wir können uns selber noch ein paar Dudes da mitnehmen. Was ist es diesmal? Die sammeln aber auch fix Holz, das muss man ja mal sagen. Also, das ist schon echt heftig. Oh, wir brauchen auf jeden Fall mehr Ziggurats. Mein Leben für Nersul. Euer Wille geschehe. Es ist mehr Gold erforderlich. Wie viele Dinger kostet es denn? Ja, ist auch gut. 150. Ich gehorche mit Freuden. Warten wir auch nochmal. Es ist mehr Gold erforderlich. Euer Wille geschehe. So, dann haben wir hier schon mal grob. Totenbeschwerer können wir denn bauen. Ich glaube, im Schlachthaus können wir noch nicht die Dicken-Einheiten bauen. Glaube ich noch nicht. Ich glaube, nur die Katapulte. Forschung abgeschlossen. Davon haben wir jetzt schon so viele. Dummkopf. Warte, ich gucke erstmal da oben. Was wir da oben haben. Aber es sieht auch so aus, als wenn wir die Fleischwagen da benutzen könnten, um einen Zwischenstück kaputt zu machen. Ah, endlich. Das ist schon besser. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Endlich. Ja, machen wir. Wir werden bestimmt angegriffen mehrmals. So, auch abgegradet. Wo soll mein Blut vergossen werden? Ich baue erstmal nur eins, weil ich die Befürchtung habe, dass wir noch nicht alles bauen können. Euer Wille geschehen. Euer Wille geschehen. Na komm. 240 und dann Let's Fits. Ausbau abgeschlossen. Okay. Ausbau abgeschlossen. Für den Lichtkönig. Wir gucken uns hier natürlich auch wieder alles ganz genau an. Das ist schon besser. Die Hauptstory überhaupt machen. Was haben wir denn überhaupt? Das Elfentor. Besiegelt. Besiegelt ist auch schön. Besiegelt die Weltenwanderer, die das Elfentor bewachen. Ja, wir brauchen ein Amulett, glaube ich. Frostgram hat Hunger. Endlich. Ah, okay. Frostgram hat Hunger. Also wir müssen überall... Das ist schon besser. Wir müssen überall die Bäume kaputt machen. So sehe ich das richtig? Die Beschwörung ist abgeschlossen. Frostgram hat Hunger. Naja, gut. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Endlich. Dann werde ich jetzt erst mal hier nach oben rechts gehen, oder? Ah. Ist glaube ich scheißegal, wo wir anfangen, aber... Jo. Was man hat, hat man. Lebensdauer der Skelette. Ja, nur Fleischwagen können wir bauen. So. Das mit den Untoten ist natürlich schon ziemlich nice. Muss man ja mal sagen. Frostgram hat Hunger. Ausbau abgeschlossen. Ich sehe gerade, was ist da oben. Können wir ja auch mal ganz kurz reinnehmen. Forschung abgeschlossen. Wir haben noch keine Spinnis. Das ist ja ärgerlich, Mann. Absolut. Sprecht, Dummkopf. Lord Arthas. Selbst die Kreaturen des Waldes stellen sich unserer Invasion entgegen. Interessant, dass er jetzt selber ungeschwenkt ist, gerade eben. Einheiten zu töten. Das ist schon besser. Was ist es diesmal? Ja, Leute, essen. Dankeschön. Lauft schon mal vor, bitte. Was ist des Schattens Begehe? Niemand erteilt mir Befehle. Sucht Zyvanas. Die Untoten kommen. Das ist schon besser. Forschung abgeschlossen. Endlich. Frostgram hat Hunger. Die Schatten locken. Die Toten sollen die für Nersul. Errichtet mehr Fiegelröche mit Freude. Euer Wille geschehe. Es ist mehr Gold erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. Ja, Meister. Endlich. Hier oben haben wir auf jeden Fall nichts mehr. I think so. Sieht jedenfalls stark danach aus. Sie haben eine Brücke. Sehr interessant. Da kommen wir in die Mitte. Das ist schon besser. Was ist es diesmal? Frostgram hat Hunger. Kann ich euch helfen? Die rastlosen Toten warten. Okay, hier haben wir aber auch nicht wirklich mehr viel. Wo soll mein Blut vergossen werden? Das ist in Ordnung. Holz, glaube ich, brauchen wir nicht mehr. Holz haben wir, glaube ich, durch. Oder? Mal ganz im Ernst. 1003. Warte mal, für was brauchen wir überhaupt Holz? Für ein paar Totenbeschwörer. Ja, komm, wir lassen die da noch ein bisschen buddeln. Ich wünsche nur zu dienen. Und dann ist okay. So, haben wir irgendwas was noch verkaufen können? Wirklichkeit um eins ist ganz süß. Das ist schon besser. Kriegt er lieber einen Heiltrank. Endlich. Die Toten sollen dienen. Ah, endlich. Nicht nur die Toten warten. Die Beschwörung ist abgelassen. Wo soll mein Blut vergossen werden? Mein Leben für Nersul. Mein Schicksal ist beschwörung. Die Beschwörung ist abgelassen. Das halten mir Befehle. Da war einiges Skelette hier. Halleluja, du. Ich glaube, die Türme sind sehr gut gegen... Ja, erstellte Einheiten. Die verdammten Stimmenbereit. Was ist des Schattens begehe? Die verdammten Stimmenbereit. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Eigentlich da falsch. So, die Tigurats sind auf jeden Fall nur zur... Die Beschwörung ist abgelassen. Die Beschwörung ist abgelassen. Die Versammten stehen bereit. Dass selbst, wenn sie da angreifen sollte, dass wir noch die Möglichkeit haben... Es ist mehr Gold erforderlich. Jetzt brauchen wir auch noch mehr Gold. So. Die rastlosen Toten warten. So, komm. Ganz im Ernst. Nehmen wir mit. Kann man die nächste Gold mieten. Wie der Schatten wünscht. Ausbau abgeschlossen. Die könnten wir jetzt auch nochmal besudeln. Einfach so nur vom Stil her schon. Nur, weil wir Untote sind. So, den Fleischwagen habe ich separat gemacht. Tja. Gucken wir nochmal hier an der Karte, ob hier irgendwas Verstecktes sein könnte. Wahrscheinlich gibt es hier einiges. Hier zum Beispiel. Da unten auch nochmal müssen wir mal gucken. Hier, diesen Übergang. Sehr schön. Den können wir schon mal wegmachen. Das ist schon mal sehr praktisch. Lauft mal einfach irgendwo hin, ist mir egal wo. So. Warte mal. Jetzt muss ich erstmal gucken. So, das ist Gruppe 1. Okay. Die rastlosen Toten warten. Für den Lichtkönig. Der ist auch gleichzeitig da drin. Ist auch egal. Frostgearm hat Hunger. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Hier sind alles Bergübergänge. Das ist schon besser. Mir ist schon sterbenslangweilig. So, dann machen wir mal den Übergang weg. Und da haben wir einen Brunnen. Sehr interessant. Wir verhalten uns wirklich wie die Säuche. Mein Schicksal ist besiegelt. So, ihr dürft jetzt erstmal hier weitermachen. Die Schatten locken. Die Schatten locken. Die Toten sollen dienen. Die rastlosen Toten warten. Gut, okay, dann hätten wir das nämlich auch schon mal erledigt. Oh, endlich. Die Toten sollen dienen. Ach, endlich. Das ist schon besser. Alter, wie viele Skelette, die da losschicken, ja? Das ist der pure Wahnsinn, Alter. Die Toten sollen dienen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Mir ist schon sterbenslangweilig. Hier haben wir wieder nichts Besonderes drin, leider. Ne. Guck mal, hier haben wir auch noch was Verstecktes. Die rastlosen Toten warten. Frostgram hat Hunger. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Toten sollen dienen. Mal gucken, was wir hier drinne finden. Was ist es diesmal? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Alter, was? Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ah, endlich. Das Inventar ist voll. Frostgram hat Hunger. Für den Lichtkönig. Ah, endlich. Endlich. Mir ist schon sterbenslangweilig. Jetzt, Frostgram. Bucht der Toten. Okay, noch mehr Untote. Nice. Frost-Toten hat Hunger. Ja, das machen sie aber nicht mehr, den Befehl, ne? Nee. Das ist schon besser. Das ist schon besser. Und sterbenslangweilig. So, jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen aufpassen, aber das sieht hier so abgegrenzt aus mit Steinen. Das heißt, da wollten sie nicht, dass wir da durchkommen. Wo kommen wir denn da jetzt hin? Wo kommen wir denn da jetzt hin? Ach, hier, den Weg. Ach, hier, den Weg. Da oben ist auf jeden Fall ein Lager, wie man stark erkennen kann. Und es gibt anscheinend auch einen Weg dahin. Aber dafür müssen wir die Elfenstadt angreifen. Endlich. Die Moten sollen dienen. Was ist des Schattens Begehr? Frostgram hat Hunger. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Endlich. So können wir durchbrechen. Das ist natürlich sehr nice. Unsere Goldmiese ist fast erschöpft. Vorsicht. Ah, endlich. Was ist es diesmal? Die Toten sollen dienen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Katapulte brauchen wir auch keine neuen. Lohnt sich absolut nicht. Was für eine Armee an Skeletter haben, Alter. What the fuck, Mann. Wir haben 4000 Gold, ja. Wir können uns da selig... Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Liegen für den Asyl. Ja, wenn die fertig sind, können sie da arbeiten. Ach so, was machen sie nicht. Ach so, was machen sie nicht. Okay, müssen wir denn so weit machen, wenn's so weit ist. So, natürlich geht das Mahn aber auch irgendwann mal alle. Sprech, Dummkopf. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist es diesmal? Sprech, Dummkopf. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist es Schattensbegehr? Möge die Dunkelheit vor Ostkram hat Hunger. Die Schattensbegehr ist schon sterbenslang. Sollte ich vielleicht doch nochmal zwei bauen. Auf jeden Fall kriegt man hier ganz schön das Gefühl, dass halt Arthas unendlich Einheiten hat. Durch die Totenbeschwörer natürlich auch. Spielt natürlich auch mit dabei. Eine nicht aushaltende Armee. Auch wenn ich kein großer Fan von den Untoten bin. Muss man mal dazu überlegen. Die rastlosen, tolle Streitkräfte werden eingestürzt. Ich mag es absolut nicht mehr. Und äh... Wo soll mein Blut vergossen werden? Ein bisschen ironisch natürlich auch. Ja, Meister. Aber dafür mag ich Arthas umso mehr. Ich gehorche mit Freuden. Die Schatten laufen. Niemand erteilt mir Befehle. So, haben wir hier irgendwas verstecktes. Ja, habe ich ja erwähnt. Da oben. Da sollten wir mal ein bisschen Action machen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Die Schatten locken. Ich finde es interessant. Es ist schon sterblich. Nach der Bahn ist es wieder am Start. Bei mir ist nicht Spaß, wenn ich fliegern. Das ist schon besser. Reicht, glaube ich, vollkommen. Was ist das diesmal? Ziehen wir mal ab hier. Frostgeraden hat Hunger. Das ist schon besser. Was ist des Schattens Begehr? Ah, endlich. Lass uns mal Sivana's einfach jämmelig draufgehen. Frostgeraden hat Hunger. Sie hat ihr Schicksal ja eh damit schon besiegelt. Das ist schon besser. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Endlich. Gut, dass ich ein Fleischwagen auf Autofolgen hatte. Weil der kann dann immerhin jetzt hier mal diese Welle wegmachen. Welle. Welle ist auch schön. Die Wand wegmachen. Dann kommen wir nämlich zu dem Versteck. Keine Ahnung, was das sein soll. Wir schicken die mal gleich weiter. Einfach nur, um zu gucken, was kommt. Auch hier hätten wir wieder eine Goldmine. Die wir einfach mal so einnehmen können. Vorsicht. Okay, dann. Endlich. Grab dir deinen Weg da durch, Artis. Das ist schon besser. Frostgeraden hat. Endlich haben wir das Elfentor erreicht. Zum Angriff. Lasst keinen am Leben. Ah, endlich. Wir sind schon sterben gegangen. Niemand erteilt mir Befehle. Für den Lichtkönig. Endlich. Was ist des Schattens Begehr? Aufhören. Mit Skelette. Also ja, ist schön. Aber... Sprecht, Dummkopf. Muss sparteln. Die Toten sollen die Vorsicht. Wer zaubert da bitte? Die rastlosen Toten warten. Er hier. Mir ist schon sterben. Zwei Leute. Na gut, auch wieder los. Ab zum Elfen schicken. Was haben wir denn? Na, Rolle der Beste. Niemand erteilt mir Befehle. Vorsicht. Wie der Schatten wünscht. Wir haben den Ring bekommen. Ist in Ordnung. Möge die Dunkelheit mich leiten. So, wir müssen eigentlich jetzt mehrere Katapulte haben. Ja, wunderbar. Vier Stück. Was ist es diesmal? Die Toten sollen dienen. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist los? Was ist los? So, weiter basteln, liebe Kloppt. So, wie lange erhält denn die Mine hier noch? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh, sie waren das Kräfte an. Soll sie mal. Soll sie mal. Wir sind gewappnet. Was ist es diesmal? Mir ist schon sterbenslangweilig. Aber die hat schon Bums, muss man mal sagen. Also, ist jetzt nicht so, dass sie gar keinen Schaden macht. Die Schatten locken. Aber natürlich in Anbetracht der Situation, dass ich einfach mal, ja, doppelt so schnell. Was ist des Schattens begehrt? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Abgeschlossen, sprecht Dummkopf. Frostgar hat Hunger. Die Toten sollen dienen. Überzeiten mal, Leute. Fungerschutz. Mir ist schon sterbenslangweilig. Interessanterweise picken die sich immer ganz genau Buhle raus, um die denn zu snacken. Was auch nicht so unbedingt das große Problem ist, weil wir haben Gold. Wir können uns totbauen. Also theoretisch könnte ich hier die ganze Bauwarteschleife einfach mal durchspammen. Macht uns ja eh nix, obwohl das macht keinen Sinn. Katapulte vier Stück reichen vollkommen aus. Niemand erteilt mir Befehl. Mir ist schon sterbenslangweilig. So, theoretisch kann ich jetzt nur mit den Skeletten einfach losschicken. Wie lange halten die denn überhaupt? Okay, ja, ey. Die rastlosen Toten waren Schattenlocken. Guckt euch das an, Alter. Die untoten Armee. Alter, Lecku-Mio-Kowski, ey. Ja, nice. Aber das mag ich so. Komm hier, mach mal die Scheiße hier weg. Ich geh auf den Sack da. So, Vorsicht. Die Toten sollen dienen. So, also hier könnten wir bauen zu dem. Was soll das hier hinten in der Ecke sein? Die Schattenlocken. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Okay. Was ist es diesmal? Was haben wir denn denn? Ah, endlich. Das ist ein Durchgang, aber. Ne, nix, aber. Sprecht, Dummkopf. Die rastlosen Toten warten. Was ist es Schattens, Begehr? Niemand erteilt mir Befehle. Endlich. Die Schatten. Warum greifen die? Niemand erteilt mir Befehle. Das ist schon besser. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Endlich. Aber wir haben hier einen Marderboden. Was ist es diesmal? Was ist es Schattens, Begehr? Das ist schon ein bisschen bitter. Die rastlosen Toten warten. So, den kann ich dann noch mitnehmen. Die Toten sollen dienen. Was ist es Schattens, Begehr? Die Schattenlocken. Mir ist schon sterbenslangweilig. Jetzt habe ich... Die Toten sollen dienen. Gut. Ich würde sagen, denn Attacikowski... Sprecht, Dummkopf. Was ist es Schattens, Begehr? Mir ist schon sterbenslangweilig. Was ist es diesmal? Was ist es Schattens, Begehr? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Die Toten sollen dienen. Was ist es Schattenlocken? Was ist es Schattens, Begehr? Niemand erteilt mir Befehle. So, warte, 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 warte. Geht mal weg. Ja, macht den auch noch Platz. So, und jetzt, Leute, macht Action. Es ist so unbelievable, Alter. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja, macht mir nix. Ja, komm, ruft da, ist so real, so. Mir ist schon sterbenslangweilig. Sprecht, Dummkopf. Ich wollte nur noch mal gucken, ob hier hinten was Verstecktes ist, aber... Nee, 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 das wär zu. Unsere Streitkräfte werden angegriffen, Vorsicht. Die Toten sollen dienen. Ich würde sagen... Was ist los? Mir ist schon sterbenslangweilig. Oh, Katapulte. Versuch mal durchzukommen. Sonst rückt da nicht so viel aus. Sonst rückt da nicht so viel aus. Die rastlosen Toten warten. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist es diesmal? Was ist es diesmal? Was ist es diesmal? Ist da hinter etwas Verstecktes oder... Ne. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Bauen verboten. Hier unten haben wir noch was. Vorsicht. Endlich. Endlich. Endlose Pein erwartet euch. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Frostgram hat Hunger. Was ist des Schattens, Biggie? Niemand erteilt mir Befehl. Ah, endlich. Eure Pein wird ohne gleichen sein. Endlich. Das ist schon besser. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist es diesmal? Die rastlosen Toten warten. Ich glaube, damit hätten wir dann alles. Alles, alles, alles. Vorsicht. Unsere Goldmine ist fast erschöpft. Tja, damit ist die erste Wall aber auch nur kaputt. Aber auch nur die erste. Aber immerhin. Wir haben es geschafft. Schon mal schön. Die die erste Wallen DANGER Sie werden noch bereuen, dass sie das Eschenthal je betreten haben. Wie versprochen hat der Lichtkönig ihr ewiges Leben gewährt. Diese Bestie darf niemals befreit werden. Was Riederin entgeht, dass manchmal des Schicksals Hand geführt werden muss. Was machst du damals so? Dich nicht. Dich nicht mehr, Adam.